Willkommen zurück zu Brawl Stars, Gratis-Box, ich muss gar nicht die Gratis-Box nicht nehmen. Nein, 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 das wollen wir nicht. Wir wollen kein Paket. Ich will einfach nur dieser Gratis-Box. Ja, dann nicht. Was habe ich da schon länger? Ei-Schein, oder? Was weiß ich denn hier? Aber wir versuchen es mal. Wir will Höhle. Was muss ich da machen? Bin ich da allein, oder wo? Was machst du denn? Was machst du denn da? Hör her raus, komm. Come on, man, wer bist du? Rückzug, Rückzug. Lass ihn mal ein bisschen heilen. Die Wunderzeit hält sie sich auch, oder? Ja. Komm, jetzt get down. Get down. Jawoll. Oh, das Gift. Oh, das Gift. Das Gift. Was? Item? Okay. Noch mehr. Ach so, das sind so Heil-Dinger. Damit kann man sich heilen. Damit kann man sich heilen. Falls notwendig. Und jetzt. Du bist der Erste. Und so weiter. Ach, geht's darum, wer... Mhm. Das möchte ich noch einmal versuchen. Geht's halt darum, wer er ist. Was soll ich noch ein bisschen? Ja, wow. Ja, komm her. Ja, Leben. Komm, gib ihm. Gib ihm. Komm, gib ihm. Gib ihm. Der ist los da. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Habe ich ihn ge... Ist er down? Ich möchte es nicht wissen, ob der down ist. Nein, du nicht. ich weiß nur dass es noch drei übrig sind und dass zwei auf jeden fall hier sind wie gesagt ja komm her komm her nein oh Gott nein ich hab voll hauen einmal machen wir das noch ich hab letzte Zeit so über die Screenbook auf Brawl Stars dass ich nicht weiß wohin guck mal da greifen wir die mal ja man muss halt auch Spawn Glück haben im Gegner Glück wie der Gegner halt ist das ist nicht so gut jeder ist schon down wir leben noch 7000 Gegner komm 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 jetzt zieh dich zurück zieh dich mal ein bisschen zurück oh Gott nein 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 lad dich mal auf irgendwo vom jetzt da schaust der bl grup im und nur ice im Feigling da. So herkommende Feigling. Schau mal den Sieg schenken da. Perfekt. Sechs. Verlassen mal. Jetzt kriegen wir eine Kiste, aber kann ich nicht eigentlich die Kiste einfordern? Oder nicht. Das ist ein Blut. Aha. 24. Oh, da kriegen wir noch was. Haben wir einen neuen bekommen? Ist ja eine neue für uns. Was ist jetzt neu? Mit denen da. Drauftrücken und einfach... Ne. Vielleicht haben wir das ja schon gemacht. Ich weiß nicht. Freundeslicht. Freundeslicht. Klub. Ich glaube nicht. Kann ich einen gründen? Oder nicht? Wir versuchen das mal. Okay. Ey Wappen. Wappen, 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 wappen. Was? Nee. Lass das nehmen. Erstellen. Speichern. Okay, wie viel können da rein? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Okay, Leute. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Rotschlumpf. Also, ich habe jetzt auch einen... Ungeblich habe ich jetzt einen klar, aber... Ja, da könnt ihr gerne reinkommen. Genau, da sieht man den. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Rotschlumpf.